Ja, ja, ich weiß nicht, aber irgendwie muss man den Leuten jeden Tag aufs Neue erklären, was Respekt gegen meine Frau ist. Irgendwie wollen sie es nicht lernen und machen irgendeine Scheiße, also mach ich mal einen Track darüber, ATM, zwei Seiten des Lebens, ja. Zwei, Null, Null, Neun. Ich bin kein brauer Engel. Nein, auch ich mach Fehler, aber wenn es was gibt, dass ich hasse, das Frauenschläger, ihr solltet lernen, eine Frau richtig zu behandeln. Und wenn es euch nicht passt, sie bitte nicht gleich misshandeln, ihr macht ihr Leben kaputt, kaputt. Wollt ihr wirklich der Grund sein, warum sie jede Nacht spuckt? Und ich red nicht von Schwangerschaft, ich red von seelischen Problemen, bis sie nicht mehr weiter wissen und sich zum Schluss das Leben nehmen. Also, denk mal ein bisschen drüber nach, was sie so durch Wichser. Eine Frau muss mit Respekt behandelt werden, denn mehr Liebe zeigt, wird noch viel mehr Liebe ernst. Also, muss man seine Triebe ab und zu zurückschieben, denn wo das kann, der kann auch richtig lieben. Und Liebe ist doch alles, ja, auch für eine Frau. Wer handelt sie gut und denkt nicht nur an den Samenstau, dann wissen auch Frauen mal, was Liebe ist. Und ihr werdet sehr, das Gefühl haben sie schon lange vermisst. Also, lass uns immer wieder hochleben, liebe Zeit, Peace. Auf Wiedersehen.